Nein. Da, 14. Gucken. 13. Ja, 7-9. Plump. Schnell, welches Team? Team Rot bist du. Ja, ok. Du auch? Nö. Ok, ich bin blau. Ok. Ich glaube das kannst du auch auf der linken Seite sehen. Na, rechten Seite meine ich. Äh, jein. Perfekte Hure, naja. Wenn Kid auf blau bei dir ist? Ja, aber ich hab Kid auf blau und rot. Ok. Das ist ja das lustige. Vielleicht war du beides ausgewählt, alles. Wow. Aber bis bei uns. Ja, drängt daran Wasserflaschen für eingefrorene Spieler. Bam, bam. Aua. Boah, das ist getroffen gerade. Ja. Was? Da hinten sind die roten. Ach ey, mich muss einer freien. Ja, musste ich. Ja, hat schon. Danke. Das war ey. Ich hab einen getroffen. Das schaffen wir auch wieder. Jawohl. Wird getroffen. Ich weiß nicht wo. Hier hinten in der Necke. Wir sind aber gleich raus. Ja, du kommst genau auf mich zu. Nein. Ja, wir haben es gleich vermasselt. Ja, voll. Der kann, kann der nicht mehr uns befreien? Ja, anscheinend wohl nicht. Nein, ich wollte dich noch befreien. Ja, der eine wäre gleich von oben runter. Ja, der könnte mal. Ja, der könnte mal. Wir könnten uns mal befreien, aber irgendwie. Nee. Wir sind nur auf ihren Vorteil bedacht. Ja. Von hier. Ah, die werden ausgenockt. Ja. Ja, sind sie auch. Ja. Ich sehe dich genau neben dir. Ja. Ja, noch ein schnelles Rundchen. Ging ja zu schnell, das war ja langweilig. Ging das auch, ja. Nochmal, warte mal. Ich bin in keinem Team drin. Du hast, du hast verlassen? Ja. Wolltest du nicht mehr hier drauf? Ja. Weiß ich nicht. Von 12 von 16. Gibt's ja nicht. 12 von 16. Doch. 9 von 16 gibt's. Warte, ich komm noch mal. Guck mal hier. Also weißt du nicht, wer hier gegangen ist, ne? Ah. Viele Spiele habt ihr? In welcher Bissen jetzt drauf? 9 oder 8? 9. 9. Ne, kann ich nicht. Wieso kannst du nicht? Jetzt. I mean serverfull kicked white blistered. Ja, wenn da jemand in bestimmte Rechte hat, dann fliegt man runter. Hm. Bisschen. Nein, jetzt bin ich auf dem anderen. Das ist doch blöd. Welchen bist du denn? Ach Gott. Ich bin Spieler. Ah, ey. Lass mich runterhafen. Welche bist du jetzt gegangen? Er hat noch gar keinen. So. Machen wir mal. 5. Nein. Jetzt bin ich nicht. Oh. Man sich das immer wechselt. Das ist das Problem. Ja, das ist das nervige. Server 5, das sagst du, ne? Ja. Ist voll, ne? Ja. Den sehe ich hier nicht mehr. 2. Ja, das ist nervig, wenn es wechselt. Hm. Noch einmal. Ähm. Mach mal Server 10. Der ist auch weg schon. Ja. Bye. Dann Server 1. Okay. Da geht doch. Sicher? Ich weiß es nicht. Centus. Wo ist Centus? Da bist du. Ich bin rot diesmal. Ich hab rot und blau ausgewählt. Hero Alex, alter. Mein Gott. Ich hab blau und rot Kitsch stehen bei dir. Mh mh. Okay. Ja, beide stehen blau und rot. Spam die wieder mit alt F4 alles voll hier. Mh mh. Das sind alles. Nöbs. Ja. Einig Nöbs. Jawoll. Wie bist du? Äh, rot. Ich auch. So sind das eigentlich so eine Enderpellen jetzt. Weiß ich nicht, weil er rot Enderpellen hat. Bye. Alter, ich glaube irgendwie etwas schneller. Weiß ich auch nicht. Ich bin voll of Speed. Ich hab einen rausgehauen schon. Läuft. Da ist einer. Da, ich bin raus. Fuck. Nein, ich auch. Wieso? Die Nacht muss alle raus, ne? Das ist doch langweilig. Komm, helf mir mal einer. Machen die nicht. Bei uns soll man nur so rumstehen und nichts machen. Hi. Das ist doch komisch. Jawoll, ich wurde geholfen. Ja, ich stehe hier hinten in der Ecke. Ja, ich stehe hier hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin gleich raus. Wenn du da bist. Kann ich mir mal helfen. Dankeschön. Ja, haben die. Wieso hat Blausch wieder so viele frei? Weiß ich nicht. Ja, aber direkt von hinten, ist klar. Pisser. Ja. Zieh dich nicht. Ne, ich bin schon wieder raus. Komplett raus? Ne, ne, ich wurde wieder frei gemacht. Achso. Bye. Diese Pisser, ne? Dieser scheiß Alex. Ah, du Affe. Alter. Die wohnen sich auch mal wieder raus. Bist auch schon wieder weg, ne? Ja. Bye. Ich stehe noch so viel auf einem Fleck. Ja. Jetzt kann ich wo du bist. Ich stehe hier mit dir. Oh. 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 Einer nur noch. Von uns der frei ist. Ey. Naja, schade. Egal. Schade, schade, schade. Gleich ne Runde smash. So. Wir würden sagen bis gleich, Leute. Wir wechseln jetzt erstmal den Server. Ciao, ciao. Ciao.